Das Thema Schenik-Ein-Sehensupport. Jetzt sind manche neugierig. Was heißt es? Das Ganze läuft so ab. Das Öl sammelt sich in dieser Wanne. Jetzt sind da natürlich mal so Kupstoffe drin. Schalenpeilig. Jetzt möchte man das Öl von denen befreien. So sieht also das Rapskorn aus, was hier in die Rapsölpässe reinkommt. So sieht dann das fertige Produkt aus. Ja, jetzt stehen wir hier im Schloss Innenhof. Vielleicht wirst du kurz mal die Stierung, dass man jetzt mal auskennen. Die Prosike ist ein völkiger Abrach. Von rechts, von nebenu kommt das Rathaus. Im Rathaus gibt es den Termin drin. Die Rapsölpässe reinkommt das Rapsölpässe reinkommt.